Willkommen zurück zu Let's Play Stubber Together, hier mit der nicht kompletten Gameeinsel.de Crew, hu hu hu. Yay, Kachen. Mittlerweile sind wir nur noch zu viert, wie ihr sehen könnt. Der Herr Kachen und der Blackwing Dave, die haben sich verabschiedet. Der Futuma, der ist ja schon die ganze Zeit nicht dabei. Und, äh, weiter geht's. So, ich würde jetzt mal vorschlagen, ich fange jetzt an, hier diese Sachen zu craften, die wir für den Roboter benötigen. Moment, ich esse erstmal die Kleinigkeit. Weil I can't take it much longer. Äh, ja. So. So, weiter geht's. Äh, warte mal. Gurgers sind da unten, die sind yummy-yummy. Oh, ich kann's auch nicht mehr viel länger. Nicht, nicht? Ne. So. Ah, hier ist Glas drinne, das nehme ich erstmal mit. Ne, Quatsch. Ist das nicht für Susa eigentlich? Ja, ne, das war ne Spaß, war ne Spaß. Das ist eigentlich für mich gedacht. Äh, soweit mal. Für dich, was hast du mit dem Glas zu schaffen? Ich muss das Glas unten in meine, äh, Glashütte, wollte ich grad sagen, in meinen Glaskasten hier machen. Genau. Ein Glashaus, ja. Mein Gewächshaus. So, ich nehme mal alles, was wir an Kohle benötigen und Eisenbarren direkt raus und machen wir erstmal Stahlbarren, weil diese brauchen wir. Genau so viel wie du brauchst. Ja, 85. Bin ich mal gespannt, wie viel ich machen kann. Ah, 215, das reicht definitiv. Ja, muss ja nicht alle herstellen, oder? Ne, ich mache 85, ne? Ja, genau, genau. Sorry. So. Und jetzt müssen wir noch Pixel haben. Ich brauche pro Teil 400 Pixel, also 4x400 plus 50. Dann nimm dir das Silber, nimm dir am besten erstmal die komplette Kupfer raus. Ja, da macht doch schon mal einer, ich mach schon mal hier. Pixel, ja klar, 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 klar. Ich mach die Roboter-Lex. Genau, dann sag wie viel Pixel du brauchst am besten. Ja, also jetzt brauche ich wieder 4x400, ich brauche nur noch 1250. Insgesamt, ja? Insgesamt, korrekt. Na gut. Korrekt, Alter. Wir gucken mal, wie ich zusammen kriege. Check dir deine ab. Was? Was, was? Irgendwie da, oder? Häh? Ironbar. Oh, ich hab ihn auch guckbar, Erz. Oh, oh. Ich bin ein Held, ich hab grad ohne es zu wissen... Weißleine Raffinerieren. Ich schieß grad einfach so einen Pfeil in die Luft, da hab erstmal einen Vogel abgeschossen. Warum machst du so etwas? Ich war einfach nur aus Gag so und ich hab damit jetzt nicht gerechnet, dass ich einen Vogel erwische. Okay, ja gut, halb so wild. Scheiß Vögel, ich hasse Vögel. Ja, Vögel. Entschuldigung, Dave, Entschuldigung. Der hörte ich ja zum Glück nicht mehr. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Ich hoffe, der guckt sich den Pater auch nicht an. Ah, du machst ja auch die Farm, baust die Farm so ein bisschen weiter aus, das finde ich nice. Für mehr Burgers. Episch. Für mehr Burgers. Epikali. Epi. Für mehr Burgers, die ich dann als Döner tarnen werde, damit Siusa sie auch isst. Juhu! Döner! 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 2,50, 2,50. Was muss ein Döner für euch drin haben, damit er ein richtiger Döner ist? Komplett. Alles andere ist kein Döner. Komplett. Das ist ein Döner. Alles andere ist Eischelkäse. Nichts, äh, kannst du, das darfst du nicht mal Döner nennen. Verstehste? Uh, mhm, 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 mhm. Aber was findet ihr denn das leckerste? Oder das Fleisch? Oder überhaupt die Zusammensetzung mit Soße und Salat? Er fängt an? Er fängt an. Er fängt an. Warte mal, ich geh mal hier eben kurz ein Stück zurück. Lass doch den Döner-Experten Siusa mal reden. Ich hab hier gerade andere Probleme, tut mir leid Alter, du bist schon am Lappen hier, Goddamn Du hast fast die Raffinerie abgebaut, Mann Ich hab, viel schlimmer ist, dass ich dir andere Scheiß abgebaut Ja, pass auf, hier Ja, pfu Pfu, ich gib's dir wieder, pfu dich selber, Alter Ja, bau mal hinterher da ne Ne, 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 ne Ne Treppe für zu Ja, ja, schau mal kurz Jetzt ist das schon eine, meine Güte Nee, schon gut, ja, tut mir leid, dass ich so langsam bin So, jetzt muss ich immer hier Und hier Du bist nicht langsam Und hier Wollte ich damit nicht zum Ausdruck bringen Ah, mein Hirn War sarkastisch, ich meinte, dass ich so schnell war in dem Falle No Goldbahn hier wieder rinden Silber, Erz Gut, hat mein Hirn geklaut und frisst es Ich glaub, wir brauchen doch noch eine Raffinerie, obwohl nachher wird das eh Also ein kleiner Snack für zwischendurch quasi, ja Ja, so ungefähr Leider bin ich nicht schlauer geworden Eher dümmer Ne, Spaß Wollte jetzt auch nicht Oh Der war Pisa Ah, das war ne Joke Ich will die Holztür bauen Ich will ne Holztür bauen Ich will ne Holster Holztür, ne Holstür, ne Holstür, oh mein Gott Holztür Ach, du hast das schon zwischendurch die Pixel rausgenommen Wie brauchst du denn jetzt, ne, noch? Oh, gut So, jetzt brauch ich nochmal vier Also vierhundertfünfzig Ne, gar nicht Achthundertfünfzig Oder? Sag mal, Sims, Alter Die sieht so ganz schön mager aus Was hast du für Rüstung eigentlich an? Ich habe gerade Aus welchem Material? Kupfer Dann einmal so ein Paddel-Chest-Gard Das ist das nach der normalen Kupferrüstung Und ganz normale Kupferhosen Okay, dann müssen wir demnächst mal auf welche vernünftige Schiete machen Was ist mit dir? Flämmchen Flämmchen ist halt quasi nackig Das ist das Style, was du drüber hast Ne, ich habe einmal nur ne Kupferhelm und eine Kupferhose Und der, ja Und was ist mit der Brust? Nix Oh, du läufst frei rum, ja? Ja, ja Oben ohne und so Weißt du doch, ihr Fan-Stuff für die, äh, ganzen Abonnenten und so Ah, okay Fanservice quasi Hm Es nicht Korrekt, korrekt Und ich will es nicht sein Obwohl ich glaube, ich sehe mehr sexieres als du Oder kann man sexier sagen? Hey, ich hab mich mal Ne, mehr sexieres schon richtig Was machst du da, ey? Es wird sich an, als würdest du mega abseilen, ey Ja, hier Das größer kriegt erst mal eine Elektroschock-Therapie Wie viel, wie viel hast du da? 420 Kupfer, äh, Pixel, ne? Guck mal, nimm mal raus da Die sind da voll drin, aber was ist los bei dir? Die sind da voll drin, Alter, was ist los hier? Die stecken da mal richtig drin, du So, warte mal, ich muss erst mal gucken, was ich schon alles habe Ich habe gar keinen Überblick Ja, warum bloß nicht doppelt, Alter Ist alles verloren So, wir haben the chest Wir haben the arms Und the legs, okay Fehlt nur noch der Kopf, oder? Nehmen wir dann gleich den Robot auseinander Ja, ich brauche so ein Artificial Brain Das habe ich gar nicht Ja, das musst du herstellen, du Freak Ich hoffe, du hast das Brain noch Ja, aber jetzt fehlt mir Was fehlt dir denn? 300 Pixel und Ja, ist okay, mache ich schnell Und, und, was noch? 20 Stallbarren Die Stallbarren nach hier selber Sehr gut Die Stallbarren? 390 Pixel, ja? Mhm Okay Äh Nee, Stallbarren Alter, wo sind die einzelnen Ironbarren? Don't ask me, cause I don't know Hast du wahrscheinlich noch in deinem Inventar drinnen? Nee, hab ich Sorry, sorry Sorry Okay Okay Pack ich gleich rein Und Pixel kannst du jetzt rausnehmen? Ja, aber erstmal die, die Baden Ja, trotzdem kannst du die Pixel rausnehmen Den Rest an Samen kannst du dann wegschmeißen, Dennis, ne? Nein, den kannst du jetzt wegschmeißen, den noch essen Falls ich hier unten schon eine ganze Reihe mit scheiß Weizen habe und das reicht Nein Weicht nicht Ist niemals genug Guckt zu, dass ihr hier noch essen und die noch Bandagen dabei habt Wir wollen gleich den Krieg machen Krieg gesäuert So, ich hab jetzt den interaktiven Roboter gecraftet Du musst rechts Klick machen, ne? Sehr gut Dann würd ich mal sagen Was würdest du sagen? Moment Lass uns Spiele beginnen Mh, Vulkan Was? Vulkan Vulkan Vulkan? Ja, ich muss erstmal hier so ein bisschen ausmisten Noch ist hell, noch ist hell draußen Ja, ja, ja Moment Ja, ich muss erstmal was futtern Ich muss erstmal das Brot hier herstellen Du hast ja da unten auch nichts zu essen, ne? Das ist klar Alter, hier ist richtig viel an Essen Ey, hört aufs Zeug herzustellen Der Tag ist bald rum da oben Nimm die Hamburger Kommt auch ein neuer Tag Ja Warum ist da eine scheiß Tür drin? Ich hab ja auch eine spacige Tür drin, warum ist die weg? Die ist weg, weiß ich nicht Ich hab da einfach eine Holztür Das hat der Dave bestimmt geklaut Mal wieder Ah, der Dave Ach, alles komm Du, machen wir alleine Scheiß auf Ne, warte, komm, ich komm schon Ich bin da mit Alter, was tun da für ein Säbel, ey Boah Das ist ja mein Schlitz Die habt doch bestimmt gar keine vernünftigen Waffen Warte mal Erstmal, wie viel DPS macht deine Flämmchen? Auf jeden Fall Ich glaub eine 10 oder so Oder die 12 Ja, 10 macht die 10 macht Meine macht 13 Tims macht seine nämlich auch nicht viel Ne Ja, wir haben Letzte Woche haben wir uns Sachen gecraftet Also bei Food, Thomas Du hast den Tech jetzt Du könntest das machen Aber du hast kein Kneter, ne? Äh, nein Ich hab nur noch 43 Pixel Ja, ich stell schnell her Ich hab 214 Ich hab 227 Wie viel, wie viel Mach dir am besten eine Axt oder so Wie viel Pixel brauchst du für? Ja, ich bin mal am Glotzen So, für eine zweihändige Axt brauche ich, äh Na, nur Stahlbarn Na denn? Nur Stahlbarn Na, dann mach ich mal ein paar Stahlbarn Momentchen Meine Katze ist gerade runtergefallen Gott sei Dank Das heißt Ich hasse Katzen Ja Und ich hasse Hunde Ach, Katzen stinken nach Scheiße, Mann Und Hunde scheißen immerhin So, wer hätte gerne eine zweihändige Axt? Höch Ich hätte etwas, was mehr 10 Als 10 DPS macht Ja, die macht 25 Aber der hat einen verdammt geringen Swingspeed Ja, was gibt's denn noch zur Auswahl? Ja, Moment Die anderen sind nur schneller Also wenn denn Ja, hier ist Flemchen gibt auf jeden Fall eine ganz schnelle Damit die da, ne? Hier ist noch einen, äh Zweihändigen Speer Der war jetzt aber auch sehr langsam DPS 25 Ja, gib einfach her Ah, warte mal Ich hab mir noch Ah, der ist aber total langsam Mit 27 DPS Also wenn, wenn, wenn du Ihre zweihändige Waffen nimmst Eine langsame, dann bitte nur die Axt Sie hat auch wenigstens Einen Angriff von oben Und ist eigentlich auch nicht so langsam Ja, Moment Da machst du bei den Axt Diesbezüglich sehr effektiv So Okay Da hat er Äh, ich werfe jetzt weg Ich werfe Hier, number one Wer hat sie jetzt? Ich Dann Oh, andere Seite Hätte Axt Aber die, die, die schwingt glaube ich genauso Ne Halb so schnell wie mein Das ist ja cool Die Waffen, die haben ja alle unterschiedliche Echt Rassenanipasta Skins Fällt mir grad auf Ja, ja Ja Ich bin nämlich Ich kenn nämlich auch eigentlich eine ganz andere Axt Aber die ist ja halt auch von Futuma Die sieht, die sieht aber So Flämmchens Axt Sieht bei mir genauso aus Wie mein Ja, aber ich hab die Meine und, ähm Achso Und Dud seine sind von Futuma Und, und eure Beden sind von Dud Ich stelle Also vom, vom Mensch Und immer vom Floristen Wollen wir Von Floristen Wollen wir vielleicht erstmal Eine vernünftige Kampffläche bauen Irgendwie Ich baue eine Pyramide hier Eine präzise Sekunde Warte noch Robert, da steht Meine lieben Damen und Herren Obwohl, der fliegt ja gar nicht Also der nur quasi zum Laufen Uppala, sorry Ja, passiert Mal raus hier Ja Okay Okay, soll ich anzünden Oder will jemand anders Achso Der anzündet hat Agro Also lass uns mal Äh Ja, am besten Der mit der meisten Rüstung Ja, aber Problem ist Der mit den meisten Skills Kann auch ziemlich gut Damage wahrscheinlich austeilen Aber lass mal Ehen von uns sein Bevor die anderen permanent verrecken Okay Ja gut, ich mach Ich mach ich's nicht an Oh klar Viel Spaß Oh 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 Komm dann auf mich hier Jetzt geh weg Geht defensiv Seid defensiv Regeneriert euch Verbindet euch Oh scheiße Jetzt muss ich auch kurz Oh shit Okay, soviel zu Albo Oh fuck Oh, Alter Brennen Ich brennen Ich will nicht sterben Gib mir meine Bandage Alter, ich hab doch Irgendwann gesagt Beschafft euch Bandagen Bevor die anfangen Ja Ich hab da meine Bandage geklaut Ich bin tot Oh nein Ja, die haben mir eine Bandage geklaut Die er rausgeworfen hat Dann hat er wieder geklaut Bist du ein Klauer Voll aufhören Ein Klauer? Ach, ist ein Klauer Ist ein Pole Oh, ich bin tot Er hat nur noch zwei Balken Oh, ich komm Du hast jetzt aber auch die Angriff Jetzt komm ich Wie seid ihr denn? Tot, tot Nein Ich fass es nicht Ja, Flämmchen hat die Die Bandage mit in den Tod genommen Ich hab die Bandage gar nicht Die hat er genommen Ist echt neu gestorben, ey Könnt ihr mal euren Arsch bewegen jetzt? Ja, ich komm noch so Ich hab ihn zerstört Ich wollt grad sagen, Alter Ja, wieder mal musste ich es richten Meine Lieben Keine Habt ihr das gesehen? Keine Habt ihr das gesehen? Ich und meine Riesen-Eier mal wieder Oh, Banane So Jetzt hab ich einen Prozessor bekommen Mit diesem Prozessor kann ich Ich weiß noch nicht was machen Aber das Film war gleich Neue crafting table upgraden Neue Folgen rendern Dann kannst du neue Folgen rendern Oh ja, Megui sagt dann dazu Megui Megui Werden die Zeit im Auge? Jetzt mal hier so Am Rande Nö, ich hab keine Ahnung Ey, seid ihr Lappen, wa? Ohne Scheiß Nimm doch einfach auf Ein unstrukturierter Sauhau Nein, passt noch Passt noch Kannst du ruhig die Prozessor noch herstellen Ja, ich wollt schon abmoderieren Ne, ne, stell mal her Ich stelle her Wie viel Pixel brauchst du? Ich brauche Warte mal Wo finde ich das Ding denn? Ah, ne, warte mal Ich brauch hier Oh Mensch Ja, genau So Genau hier So Ja Immer direkt mal table ein So Wir brauchen ja den Toymaker's Table Und dafür brauche ich 35 Woodplanks nur Nein, macht Spaß Nein, ich brauch 2600 Pixel Alter, Schwede Na, okay Ja, dann Würde ich mal sagen Hau doch mal alle Diamanten rein Und Arschlecken Nein Hör auf mit den Diamanten, Mann Wau 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 Wauw Und dann war auch fast zu Ende An der Miii An der Miii Panik, ja An der Miii Sorry, wie viel Pixel hat das gesagt? 600 Ich glaube, wir sind gleich fertig 29 Was, hast du denn da reingeworfen? Darf ich mal jetzt auch bitte meine Bandagen wieder haben? Nein Okay, reicht Du hast die immer noch Ich hab die nicht bekommen, die hast du Ey, die hab ich dir doch aber hingeschmissen Ja, und er hat sie aufgesammelt So, und ich brauch noch eine Als er sie ausgeschmissen hat, hab ich ihn Der hat er sie wieder aufgesammelt Und wer geht's denn? Hab ich die? Oder wer hat die? Ja Haben wir doch gerade gesagt, ja Ach, Ecke? Sag doch meinen Namen, Mann Ja Er hat die, er hat die, er hat die So, wo soll ich den, wo soll ich den hinstellen? Du kommst du weckern Du weckern Wo soll ich den hinstellen? Den, den ganz neben dem anderen Keine Ahnung, irgendwo da unten Oder reißt du den, 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 den Weihnachtsdingens ab Nein Und tschüss Die kannst du woanders hinstellen In ihrem Garten oder so Ich hab den schon weggeschmissen Hä, den hab ich doch hier gerade in der Hand So, da habt ihr einen neuen Robotic Crafting Table Gut, 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 gut Damit baue ich mir jetzt erstmal Einen hölzernen Crafting Table Geil Oh, downgrade Du kannst anscheinend nur Zeugs machen Warte mal, als nächstes benötigen wir Ja, was benötigen wir? Erstmal neue Waffen herstellen, please Kann man denn neue Waffen herstellen? Nein, hier kann man keine Waffen herstellen Du musst einen neuen Techer herstellen Stell erstmal einen neuen Techer, please Ja, 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 Moment Ich bin dabei, ich suche Stell mal her Wir brauchen 750 Pixel, Goddamn Machen wir den in Ägypten 750, alles klar, ich schmeiß rein Ja, 750 Und wir können uns den Pixel-Kompressor basteln Was macht der? Damit können wir unsere Pixel quasi einpressen Und dann in Äh Als Bachen Richtig, dann können wir aus unseren Pixel-Items machen Und die dann in Kisten verstauen und so Und so können wir die dann auch Die können wir dann Pixel hin und her schicken Ja, cool Richtig Aber mit 40% Verlust Leider, leider, meine lieben Damen und Herren Naja, besser als gar nicht zu verschicken Also jetzt, glaube ich, haben wir schon Das ist jetzt schon der nächste Part? Nö, ne? Nö, nö Nö, 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 nö Nö, nö Nö Nö